Jede Woche erhalten Sie tausende Benachrichtigungen zu Sicherheitsbedrohungen auf Ihrem Firmennetzwerk. Die meisten sind Fehlalarme, doch das Risiko bleibt. Daher sind 96 Prozent aller Unternehmen von Sicherheitsverstößen betroffen. Was passiert, wenn Ihr Unternehmen zum Ziel wird? Zunächst müssen Sie erkennen, dass Sie angegriffen wurden. Das ist nicht einfach, wenn die betreffende Meldung unter tausenden von Fehlalarmen verborgen ist. Was Sie als nächstes tun ist ausschlaggebend für den Schutz Ihrer Daten, Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Reputation. Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, benötigen Sie Antworten. Wer war das? Wann ist es passiert? Wie konnten die Angreifer eindringen? Wie weit sind sie gekommen? Habe ich Daten verloren? Die meisten Sicherheitswarnungen sagen zu wenig aus und machen das Auffinden, Eindämmen und Beseitigen des Angriffes unmöglich. Viele Unternehmen verfügen auch nicht über die Werkzeuge, Prozesse und das Know-how, um mit komplexen Angriffen umzugehen. Mit der Zeit können die Angreifer sich Zugang zu Ihrer ganzen Infrastruktur verschaffen. Ihre Daten werden einem größeren Risiko ausgesetzt und es kostet sie Tausende, wenn nicht sogar Millionen. Mit FireEye Incident Investigation können Sie rasch prüfen, ob ein Alarm durch einen tatsächlichen Angriff ausgelöst wurde, den Angriff eindämmen und sich in Echtzeit einen Überblick über die Situation verschaffen. Kontext zu Ausmaß, Umfang, Methodik und dem Angreifer zu haben, bedeutet, dass Sie die möglichen Auswirkungen der Bedrohung verstehen und schneller und effektiver reagieren können, um Verluste zu minimieren. Unsere adaptive und skalierbare Plattform kann Ihr Unternehmen schützen. Weitere Informationen finden Sie auf fireeye.de.